Moin Moin und Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde ARK mit dem... da! Lichtmeister Kirschow. Lichtmeister. Sehr schön gesagt. Sag mal, ist das draußen wieder neblich? Und im Kalimmole. Oder du hast gepupst. Nein, da wird hier kein Ding sein. Das ist draußen wieder neblich. Guck mal wie neblich das ist, ey. Guck mal. Aua! Die Tür kann doch nicht auf sein, dann geht die Klimaanlage nicht. Ja, eigentlich haben wir doch alles, oder? Essen, trinken? Ne. Doch. Wir müssen uns auch endlich mal verdammt den Wurst mal ne... irgendwie nen Wasserbeutel machen. Oder hier. Die Verdammte Wurst. Ja, wir haben nie was zu trinken dabei, weißt du? Wir brauchen nicht zu viel zu trinken. Ja, wird okay. Die Sternmarker sei schon mal auf Folgen ein. Ja. Oh, die hat hier... Die muss aber dir folgen, oder nicht? Ja. Ich mach hier Gewicht wieder. Sie hat wieder... Abgehabt. Sie hat Essen auch noch dabei genug. Dann fliegst du ja, ne? Ich fliege. Dich daneben springt. Hab ich schon gemerkt. Ja. Kommen sie die Vögel vor. Ja. Ja. Sind beide da. Super. Da ist immer noch der Alpha, da vorne. Ja. Na da, da. Mann. Sie ist jetzt nicht schwer, was ey. So, holen wir mal ein bisschen Eisen hier. Sucht mich schon Freude. Ja. Gleichgesinnte. Der bringt hier alles um ey. Wenn wir da mal farmen wollen, der ist nix. Du fliegst. Du fliegst gut so eigentlich. So kannst du bleiben. Da vorne siehst du sogar den Berg. Siehst du eigentlich den Berg da hinten? Ich weiß. Ich hab... Siehst du jetzt den Berg da hinten schon? Ich sehe Bäume. Ich sehe den Berg da hinten schon. Aber wenn du so fliegst, fliegst du da genau im Berg zu. Da sollte er Eisen sein, glaub ich. Ach stimmt, letztens hatten wir auch den Großen wieder gesehen, ne? Ja. Der war da drüben nämlich irgendwo genau, ja. Narkose gab es ja nur noch dein Gewehr, ne? Glaub ich. Narkose. Toll. Ne. Betäubung. Stolperdraht. Betäubungsfalle. Okay. Eingabe. Tastatur. Etagenbett. Da. Betäubungsfalle, ja. Mit 30. Ein wenig nach Höhen gefilmt mit betäubendem Gift wird mit dem Jagdgewehr verschossen. Aber es gibt auch noch eine Spritze. Ab 96, ich weiß gar nicht was das sein soll. Seh ich nicht. Naja. Ich sehe den Berg. Ja. Den sehe ich schon lange. Aber war nicht hier rechts auch? Ne. Ja, aber so wenig. Ich würde eher da vorne hinfinden. Da finden wir eher was. Wesentlich mehr finden wir da. Ja. Du musst auf die Ausdauer aufpassen. Du musst auf die Ausdauer aufpassen. Ja ist noch gut. Ist noch gut. Ja. Waren wir da schon mal? Da sind so Bäume am Berg. Haben wir hier schon mal jemals Eisen geholt? Ich kann mich grad erinnern. Ja, aber nicht. Ja. 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 Ich guck ja. Ich guck ja an den macht Schüler. Ich guck gleich mal Schüler. Wofür brauchen wir eigentlich Eisen? Für Leitung und so ne? Ja. 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 Was ist da unten los ey? Da sind Schildkröten? Und ein Kacktier glaube ich. Und Hyänen da drüben. Schildkröten? Ich seh nicht ob er jetzt Eisen oder so ist. Ich glaub es gab keins. Glauben müssen. Da. Da unten. Das ist da. Diese Eisen nochmal aus. Da ist Eisen vor und unter uns ne? Ja. Da sind drei vorkommen. Sieht gut aus. Sieht gut aus ja. Ich glaub ich muss ja mit der Eisenpippe drauf ne? Jawoll. Oh. Da sind schon hundert mehr teils ne? Sind schon fast voll. Boah. Alkazai. Aua. Das ist kaputt. Da. Zeige. Ja. Jawoll. Wieder hundert. Kein sei. Du hängst aber komisch. Da baust du auch grad ab? Ja. Hier ist. Kleins mehr. Ach hast du schon alles hin? Okay. Da waren nur drei vorkommen ne? Das lag von dir. Ja. Das lag von dir. Naja. Sie hat. Kasei hat jetzt 200. Schießen mich doch schon drin. Ach. Hat auch Level ab. Was machen wir denn bei hier bei Sherry? Nach Ausdauer. Nach Ausdauer. Gucken wir mal. Was ist denn da für ein Tier? Wo? Gerade vor uns so. Ich sehe da kein Tier. Ach da oben. Oh. Ach das sind die. Ach da sind doch die. Ja ja. Die können wir doch schon. Da vorne ist einmal Eisen. Zweimal Eisen. Greifen die an? Ja. Da die links da ist das. Ach da große, dicke ne? Ne. Dann können wir doch die blicken. Beine im abbauen. Das ist auch nix. So lange wir die nicht angreifen, dann nicht. Ach gut. Dann passt es doch. Und wieder 113. Kasei wo bist du? Kasei dahinten. Soll ich euch einstein unser Geziel angreifen? Ich habe es gemacht, ja. Ah ok. Dein Zielangreifen ja ist. Digger. Davon hatten wir auch mal einen, ne? Ja. Der hieß Max. Da ist sogar noch mal Obsidian. Aber das glaube ich sollten wir nicht mitnehmen, oder? Sollen wir? Du weißt nicht. Dann nehme ich ja schnell weiter. Kommt sogar auch Metall dabei raus. Ein bisschen was. So, wo es kann sein. Da. Die arbeit hier. Oh, die ist aber auch schon. Die hat ja auch nicht mehr ganz bloß viel Platz. Ja, bei mir kann da noch eins. Ja, da musst du gleich eher mal runter. Ähm. Ähm. Weil du müsstest es noch ankommen. Hä? Woran? Aber musst du was reinlegen? Ne, die ist noch 100 Platz glaube ich ca. Da drüben ist auch Eisen. Da drüben. Ja, hier hochwärts. Ja, zwei, drei Stück sogar noch. Ja, da legen wir dann bei nur sechs rein. Ja. Ja. Ach du bist ja drauf. Ich bin drauf, ja. 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 Die sind ja schon. Wo ist denn? Na bei dir. Oh, der hat auch mal nicht mehr. Höh! Wo ist das? Wo, 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 wo ist das hin? Bleib doch mal da. Du brauchst du, warum ent... Alter, warum bist du nicht da geblieben? Ja, wahrscheinlich geht da eins noch ein und dann ist Ende. Alter, ist das schon zu viel. Stimmt. dann nimm die 50 da wieder raus und schmeiß sie weg das sollte vielleicht noch gehen ja ich hab ein level ab was hab ich gemacht noch immer ich hab 510 leben ich hab gewicht mal 350 glaub ich der meinung 86 ich hab eine nachtsichtbrille erhalten also kann ich machen ich glaube dass der auf die bauplattform von von europa auch so viel aber das war der brontosaurus glaube ich stimme da brauchen wir so viele litiumperlen alleine 125 wo ist es heiß es ist heiß ja das ist ein was ich das hier verfeinerten mehr rohstoffe zeitlich betrieben durch benzin industriell industrie schmelze weißt du wofür der gut ist und chemie oder hier auch genauso chemie labor tisch müsste ich auch mal bauen um zu gucken ob man da irgendwie besser sachen herstellen kann effizienter produziert honig gibt es auch kommen die oder sind sie langsam ok dann müssen warten aber hier es gibt der auto geschützte automatische geschütze gibt es ja krass da machen olaf hier zur schlacht zum zum kampf ding industriell zettler ach so zu kleinerer waren ja um sachen herzustellen ja 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 der schwere balkbauhelm ja aber den können wir nicht bauen und so irgendwann mal hier in den bäumen mal machen sollen und klein außen posten naja muss auch mal schauen ach guck mal das ist auch interessant es gibt eine feldflasche oder polymeer aber kann wasser tragen gut wasser das hat schon immer aufsatz ein radio was auch immer eine kamera bringt fotografieren okay ach stimmt der grill war auch mal interessant diese industrielle grill und er ging auch mit strom ja und er ging auch mit strom was ja auch und sehr interessantes anbord mit unseren und links raus nicht mehr weißt du also auch die können bleiben als depo aber wäre auch interessant aber auch hat er stimmen der brauchte 200 metallbauen ach guck mal es gibt ja doch die steckdose hiervon es construct elektrik outlet und die hätte um die kann man theoretisch verstecken die hätten wir verstecken können im haus dann würden hier und unter der decke runterhängt weil du kannst die kW auch rechts lange drückt siehst du auch heid und heid bedeutet du versteckst die kabel nicht mal die nicht aber jetzt sieht man die kabel auch nicht doch die kabel ist also von der decke wo wir unsere steckdosen haben weil wir mit einem raum sind doch süß hier zu den lampen ja sie können wir noch mal gucken klar noch mal gewächshaus man sagt es ja 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 die los zwischen kann das ist aber ein extra gehege denn oder wie soll man was machen oder was ja du machst auch so ein kleines gebäude na ja genau ja was ist klein ist auf die größe drauf an wo auch so eine klimaanlage dann drin steht weil da muss ja dann die eier anstellen ok drüben muss auch mal energie aufladen ja